den habe ich fast geschrottet den haben wir weiter 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 du hast ihn eingekillt da drin du kannst doch probieren ab und an der tür unten jemand sitzt ich gehe langsam hin er hat er hat direkt hinter dem roten haus der muss sich beinagieren oder so gleich der ist in der scheune drin dennis der ist in der kleinen scheune da in dieser garage ist der drinnen ich weiß ich sehe ihn er ist vielleicht vor mir hab noch einen keine moni mehr meinst du sitzen im prison ich glaube der eine der hockt da noch in seiner scheiß die tür ist aufgegangen dort ja da oben er hockt noch einer da liegt noch einer habe ihn ist tot einer tot schuss kam auf mich gerade da kommt noch mal eine tür ich bin tot pass auf vorne am eingang ist keiner ich bin tot ich bin tot ich bin tot das leute immer fragen oder was der dumme fragen man stellt ich bin tot habe getradet ich habe mein scheiß visier aber das geht nicht es ist einfach schwarz falsches visier darauf welches ist darauf wie heißt es weiß ich nicht das war schon mal ich habe kein magazin mehr er will mich boxen ich habe keine magazine mehr bitte 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 ich bin unterwegs ich habe ich habe ihn angeschossen bei mir hinten ist er gelaufen richtung 165 hat ihm ist es tot ja weil du erschossen wurdest er lags direkt hinter mir bei dir jakob ist auch noch ein oder was er bei mir war ich habe ein bisschen gedrückt er blutet auf alle fälle er ist aber richtung 165 abgedüst ich komme jetzt mal wieder raus mal schauen ob wir den finden dass hier hinten rechts weggelaufen hier hinten denn es auf siegen ich sehe ihn der hat der weifle ja ich sehe auch hat zwei hits ist er down? nein da ist er ich sehe ihn ja ich rotiere ihn irgendwo da hinter der links links du musst von links sandwich im best äh ja ich geh links hier liegt seine leiche ist tot hab ihn ja hier liegt auch noch eine leiche ja das hat ihm ist das hat ihm ist mann alter der hab ich gar nicht gesehen hast dir jemanden? hier saß jemand drinne ich komm von oben, ich komm von oben von mir, ich bin tot wo hängt der? wie der an der Enke saß Ja, der ist tot, der ist tot Holy shit, ist da noch einer mehr? Ich denke mal Kann ich gehen, ich muss dich sehen Hab mich nur drauf konzentriert, dass der Zombie nicht reinkommt Okay, ich bin, wie gesagt, im Treppenaufgang Relativ Check Identity 4, 20, a wirex Ja, okay, seine Mates sind hier Also ein paar mehr von denen online Oh nein Warum? Ja, nee, alles gut Keine Identity? Nee, nee Noch einer von denen online Hast du die Tür gerade aufgemacht? Ja Das war nochmal ich Ja Hallo Jakob Ich wollte es auch mal online Okay, ganz oben im ATC ist clean Den kennt der hier wahrscheinlich irgendwo in den Raum drinnen Ganz professioneller Basis Ich sehe ihn Hab ihn ist tot Nice Hab einen Schaut zu an mich Er wird gedeckt von irgendwo Ah, 10 Ah, 10 Reicht die auch einfach, ne? Ja Ich hatte keine Lagerhäuser Ich weiß nicht, dass man jetzt auch noch aufbauen will Solange wir hier sind, ist okay Dann aktiviere Okay, mach's durch Dann müssen wir das Hardick jetzt noch hier rein schlitten Kommst du denn jetzt mit der Mosin? Ja Das ist natürlich wunderbar, ne? Hier in den Hinterhöfen läuft einer bei mir Ha Ah ja Ist tot, hab ihn Schaut Oben auf dem Fabrikgelände Einer oben Nein, da hat sich jemand ausgelockt Hoffentlich lockt er sich gleich wieder ein Oh shit Bei mir direkt Hab ihn ist tot LRW Bosnars Noch einer, ist tot LRW Fati ist tot Wie war das? Let's go So und hier müsste sich auch noch der Kenne einloggen Ich bin tot, oben auf dem Fabrikgelände I am security Was? Ja Ja Huch Ich will ne Waffe, ich weiß wo er jetzt sitzt Ach man, jetzt darf ich wieder Gorka spawnen oder irgendwo Oben Sniper Silo Einer positioniert Auch ein Scope Da spielt einer, da ist ein Spieler vor mir Ist tot, getradet Puh Ja wieder morgens Uiuiuiui Das war ja mal ein Lauf hier kurz mal Warne? Hm Schmeckt Schrei ich mir auf Musik 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 Musik